Ich weiß, wenn ich Bundeskanzler für einen Tag wäre, würde ich, glaube ich, was in der Bildungspolitik machen oder im Kulturbereich, weil ich denke, dass das wirklich der beste Weg ist, um wirklich was fürs Volk zu tun, weil wir ganz oft bei den Jugendlichen sehen oder bei Kulturaustauschen, die wir dann überall in die ganze Welt hin machen, dass man somit am besten die Jugendlichen erreichen kann und damit die auch auf den richtigen Weg bringen kann, damit sie was für ihre Zukunft machen können. Vielen Dank.